Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren internen Runde PUBG. Neben Glotzi und Mirimini sind heute mit dabei Johannes, Justin, Sensa, Steve, Lukas und Peggy. Lass uns mal Stadion machen, kommt scheiß drauf. Stadion? Lass uns mal hier springen. Dann einfach Steuerung halten, gleich wenn die Schirme aufgehen. Und du so, was macht der denn jetzt? Wahrscheinlich. Ja, aber es war dann relativ schnell klar, was du vorhast. Ja, er war schon 30 Sekunden AFK. Ich dachte, jetzt musst du ihn reffen, dann kann ich wenigstens noch reinlaufen ohne Zonenschaden. Kein Bots. Da läuft einer rum, Bot. Achso, da sind Bots auch. Oh, fuck, 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 fuck. Aua. Sag das doch, dass da bot Sinn. Das sag ich ja. Das habe ich nicht gewusst. Komm, wir ziehen durch mit Steuerung bis Stadion. Obwohl, weißt du, wir cleverer lassen uns aufteilen an die Straßen, Auto und drüber fahren. Deal? Ja. Geh du hier direkt an die große Straße. Ich fliege ein bisschen weiter, weil ich noch weiter oben bin. Guck mal, guck mal da die Kreuzung an hier. Da könnte vielleicht eins sein, sonst links von dir. Mhm. Ich habe eins auf jeden Fall. Oh, da rechts ist so ein Bus. Ja, den kannst du auch nehmen. Steig ein und fahr zum Stadion. Ich nehme hier selber noch Karre und Dacia. Ich habe nicht gewusst, dass da Bots sind. Ja, ich glaube, ich blute aus. Shit. Ja. Ein Drittel habe ich noch. Zu dir komme ich nicht mehr. Ja, das wird nichts. Fuck. Du kannst da in das Gebäude da hineinrennen. Da zu mir. Nee, da sind auch Bots. Ich habe es schon versucht. Ah, ja. Ich gebe mein Bestes, warte. Hier hinten sind Häuser. Naja, das sind ja auch noch Bots. Die Wache hat glaubt, sie gekillt. Wer hat sie gekillt? Die Wache. Die sind echt in der Wachenstadt gelandet. Oh mein Gott. Hä, warum landen die da? Wissen die nicht, dass da die Wachen sind? Scheinbar nicht. Ich habe mich eventuell verfahren. Ich luk mal die Tankstelle da. Ja, da kannst du den Bus auch auftanken. Einfach neben die Tanke fahren und tanken drücken. Ah, sieht schon besser aus. Ein Rucksack. Mal gibt's die Däubung. Schmeiß das Auto, fix die da ein bisschen um, auf gut Glück hol den Chip. Du bist im vorderen Haus gestorben, ne? Ich bin da, links vom vorderen Haus bin ich gestorben, hui! Adrenalinkit, äh Spritzer, ok und auf gehts, Utility, einmal flashen, da sind die Bots. Wir sind wohl schon wieder nach hinten. Ja, ne? Vor dir. Ja, wo wird der Paterien vor? Ah, du solltest fahren. Da bist du gestorben, ne? Ja. Beine in die Hand, schon gib ich. Loll. Als ob das funktioniert. Ja, 40 Sekunden. Ja, 40 Sekunden. Ich werde schauen, dass ich da bei meiner gelben Markierung runtergehe. Ich habe jetzt auch eine Signalpistole. Ja, können wir in die Zone fahren und rufen, dann kriegen wir Waffe. Oder Panzer werden wir außerhalb der Zone rufen. Das ist mir eigentlich relativ egal, ich würde auch Waffe nehmen. Du hast einen Job. Mir ist es auch egal. Ja, lass uns einen Panzer holen. Lass uns wie die Noobs das hier zu Ende spielen. Okay. Hier gleich, oder? Ich komme zu dir. Ja, ja, ja. Haben wir noch gelbe Markierung? Äh, Dark-Ever-Markierung jetzt. Also ziemlich mittig in die Zone. Bei der EMP-Zone. Ja. Ja. Die Schüsse. Z Picknechen war's noch. Diere als Dutch Nuclear Coin. Liedig sind Waffen. du kannst du gerne spielen das war c4 ich hätte ein 4er scope für mini 14 und das ding auch mal oh da ist er schon hast du es panzer go Einfach der Straße entlang. Leben auch noch alle. Hey, was? Ich glaube, sie ist doch gestorben. Acht am Leben. Dann hat er den wieder geholt. Das ist ja frech. Oh, eine schöne Aktion. Vielleicht habe ich noch auf dem Scoreboard ja ein paar Kills. Und hier guckst du es so an, Sahel. Oh, wow. Hier ist noch ein bisschen Mütze und ohne Manny. Oh, wow! Oh, wow. brauchst du das noch du brauchst es nicht das ist ja geil perfekt ja ja deine sehe ich ja ja das ist seit dem letzten großen patch irgendwie so ich will nur noch kurz in das eine haus hinein schauen wegen am red dot noch ja smoke technisch bin ich gut da ist ja erbricht lasst uns laufen welches team ist schon raus weiß ich nicht ich hab's nicht gesehen das war jetzt nicht die es wie sie aufgenommen habe oder kurz vor als wir unten angehalten haben sind die rausgeflogen ich habe nur 50 schuss dafür aber egal ich mach mal was lustiges das ist ertrag tanker fahrzeug erst mal energy kicken und jetzt geht's ab ich schaue gerade rechts ein bisschen rechts ist aber zauber eigentlich auch nicht jeder scheiße Aber hauptsache das Flugzeug kann fliegen. Ja ja. In die Richtung wird auch der Loot landen, pass auf. Mh. Wäre so dumm eigentlich in die Richtung, dass wir hier in die Deckung gehen. Wäre voll dumm uns Richtung Loot zu bewegen. Ah ne, der fliegt ein bisschen weiter weg, egal. Aber wir haben eine gute Deckung. Okay. 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 Okay, guck dich mal ein bisschen um, weil wir können jetzt welche überfahren, wenn die laufen. Das wäre sehr lustig. Arschlich, ihr seid das so richtig. So richtig, wenn ihr das macht. Klar mache ich das. Dafür ist das Ding das geilste. Die hocken noch sehr viele über den Häusern. Links von uns ist in der Fall der Airdrop. Ich geh grad Deckung. Hier oben. Habe den Rechten. Den da. Auf dem Hügel, auf dem Hügel. Beide da. Ja. Ich kann aber, ich sehe die nur ganz schlecht, ne. Der ist da. Links von uns Auto. Ich sehe beide. Die sind da. Hinter uns Auto, hinter uns Auto. Pass auf. Ich halte nach vorne Ausschau. Die kommen in deine Richtung mit dem Auto. Panzer. Ja, okay. Oder Panzer halt, ne. Alter. Die zwei von dort drüben. Ich weiß, wir wurden halt so safe schon gesehen, ne. Ja, ja. Bei so einer kleinen Zone musst du. Alter, diese dreckigen Camper. Kann keiner das Feuer öffnen oder so? Es traut sich, glaube ich, keiner, weil sie sich uns gegenseitig verraten. Ich glaube, das. Ja. Komm ich da grad einlaufen zum? Fuck, Anna, lass mal so ein scheiß Auto. Ich komm wieder mit dem Panzer, ich geh in das Auto. Ich bin in der Deckung. Ich hab mich nicht gesehen. Wir sehen jetzt Richtung orange Markierung. Die am Zaun sind so safe welche. Unter dem Auge. Alter, wo sind die denn alle? Da läuft einer. Warte. Da sehen sie, ja. Ich überfahre die jetzt. Warte. Wenn ich muss Anlauf nehmen. Ich muss die halt komplett wegficken. Ich lauf mal um den Pfeiler rum. Links davon, links davon, ja. Jetzt haben sie keine Chance. Jetzt haben sie keine Chance. Ja, 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 ja. Nein. Das war Benni. Der Wichser, alter. Der Wichser, alter. Ja, ja, der hat schein genimpfte Waffe, schein genimpfte Eier. Richtig schlecht. Jetzt stellt sie sich da oben drauf, die Schweine. Wir setzen uns dann einfach ins Auto. Und lassen den Panzer vorbeifahren. Ja, ja, genau. Panzer kommt. Panzer rechts vorm Auto. Panzer fährt am Auto vorbei. Panzer hier. Vorsicht kommt. Panzer dreht seine Runde. Panzer kommt. Panzer kommt. Panzer dreht wieder ab. Kann man eh nur warten, dass ihm die Sprit ausgeht oder dass er in der MP-Zone kommt. Panzer kommt. Hock doch jemand drin. Im Bus? Ja. Geil. Da laufen sie. Jetzt verzogen wir uns über uns. Yes, 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 komm! Oh, scheiße. Nicht einer. Wir kriegen die, wir kriegen die, wir kriegen die. Die Dummste. Warte ist das dumm. Ich bin down. Ja, der Panzer kommt. Ich muss mal kurz hier einsteigen. Nein. Panzer hat mich versucht zu überfahren. Den hole ich. Yes! Benjamin. Da ist Benjamin. Den mach ich weg. Oh Gott! Das war jetzt einfach so richtig los. Das war jetzt einfach so richtig los. Wie ist Weiner, Jürgen? Wie der Seppelwein, wenn du stirbst? Oh Gott! Nein, wie der Spritz auf den Seppel. Das war jetzt einfach so richtig los.